Tausende Menschen waren live dabei und jetzt kannst du daran teilhaben. Internationales Freundestreffen 2024. Das einzigartige Jahresevent mit Kla.TV-Gründer Ivo Sasek. Live übertragen in 53 Länder, simultan übersetzt in über 10 Sprachen. Ivo Sasek ist als Prediger dafür bekannt mit seinem biblisch fundierten Fachwissen, religiöse und gesellschaftspolitische Weltanschauung umzukrempeln. Mit dem Ziel, unser volles Potenzial als weltweiter Menschheitsorganismus soll entfesselt werden. Nicht bloß, wir sind alle eine Familie. Nein, wir sind weit, weit mehr. Wir sind alle ein Organismus. Das ist viel verbindlicher. Diese Erkenntnis ist der Schlüssel zur Gesamtwiederherstellung hier um. Darum liebe ich alle Menschen. Ich kann keinen hassen. Meine ärgsten Feinde liebe ich deshalb, weil ich weiß, zuletzt müssen wir zusammen ans Ziel kommen. Ivo Sasek, seine Familie und die weltweit tätigen Mitarbeiter-Teams reden nicht nur über die dringend notwendigen Veränderungen in der Welt. Sie gestalten diese neue Welt mit Kraft, Freude und Energie. Gespannt auf mehr? Dann nutze die Gelegenheit und vernetze dich heute noch mit Menschen aus deiner Region. Ich kann euch so oder so raten, welchen Weg ihr immer geht. Tretet so oder so in eine Verbindlichkeit ein. Das ist der Weg. Ich bitte euch sucht, wenn irgend möglich, ich sag jetzt mal unser Wissen, unsere Erfahrung auf. Weil wir haben hier über 45 Jahre Tag und Nacht zehntausende Lektionen durchgegangen, dass du tausend Wege nicht gehen musst und die Essenz davon verstehen lernst. Du bist für mich wie das schönste Lied. Ich bin verliebt in diese Melodie. Sie läuft in meinem Herzen auf und ab, wo immer ich bin. Die Kriege selber, die gerade geführt werden, sind Ablenkungsmanöver, um den viel grösseren laufenden Krieg zu bedecken. Ein Verzauern, das mich weckt, auch wenn die Welt aus den Fugen gerät. Ein Glaube, der mich lebt, selbst übers Wasser mit mir geht. Hoffnung für alle! Ich halte die WHO raus aus allen Ländern. Schluss aus mit diesen Clubs. Wir sind saugefährlich. Schwab, Klaus, Geld, sei so nett. Du dachtest du sehr schlau und schufst den Great Reset. Doch great ist er nicht wirklich. Er wurde schon durchschaut. Jetzt wird durch uns resettet und ne neue Welt gebaut. Ne neue Welt gebaut. Ne neue Welt gebaut. Klartv präsentiert den Filmmitschnitt dieses unvergesslichen Tages. Bleibt dran! Jetzt kann das Freundestreffen beginnen. Oder? Aber was heißt jetzt eigentlich Freundschaft? Was sind Freunde? Es gibt ja solche und solche Freunde. Es gibt Freunde, die stehen immer da, wenn sie was von dir wollen. Wenn das Bier im Kühlschrank aus ist und die Läden schon zu haben vielleicht. Oder kannst du mal auf meine Katze aufpassen? Mit anderen Worten, ich habe eine Not, kannst du mir helfen? Es gibt aber auch andere Freunde, mit denen kann man einfach zusammen über Unternehmen wandern, in einem Vergnügungspark einfach mal zusammen Spaß haben. Solche Freundschaften gibt es. Und meine Frage ist, welche Art Freunde sind wir eigentlich für euch? Wir haben euch eingeladen als unsere Freunde. Und ich möchte sagen, wir stehen als Freunde vor euch, die im Bilde gesprochen, im Lotto gewonnen haben und sagen, hey komm mal vorbei. Ich habe da so viel bekommen, ich muss das mit dir teilen. Du glaubst das nicht. Wir haben was berührt, wir haben was geschenkt bekommen. Das wollen wir jetzt einfach nicht für uns alleine behalten. Und das können wir auch nicht für uns alleine behalten. Also ihr Lieben, wir haben wirklich tatsächlich so viel zu geben heute, dass dieser Tag schier nicht ausreichen wird. Einige von euch kennen uns vielleicht nur von Kla.TV. Aber Kla.TV ist ja auch einfach erstmal eine Fassade. Aber was steckt alles dahinter? Was gibt uns diese Kraft? Was gibt uns die Freude, um den Einsatz jeden Tag neu zu geben? Ehrenamtlich. Und das noch, wenn die Arbeit vorbei ist, am Feierabend. Wir könnten heute irgendwo im Wellness sein, in der Natur, uns mal gescheit erholen, oder? Von der intensiven Tätigkeit bei Kla.TV. Aber jetzt, heute sind wir da, wir wollen euch geben, liebe Freunde. Wir wollen unser Glück teilen. Geteiltes Glück ist doppeltes Glück. Und darum möchte ich euch ermutigen, macht es euch einfach gemütlich. Schaltet ab, Handys aus, WhatsApp, Telegram, alles mal weg. Und verbringt den heutigen Tag mit uns. Seid ihr dabei? Lasst euch einfach von uns beschenken. Wir haben mit Eifer Tag und Nacht dieses Freundestreffen zugerüstet, kann ich wirklich sagen. Alleine für dieses Rahmenprogramm, von dem Ruth jetzt gerade erzählt hat, haben sich sage und schreibe 351 Freunde investiert in Stunden der Zurüstung, Feierabend um Feierabend, Wochenende um Wochenende. Das sind Künstler, Maskenbildner, Tänzer, Mischer. Es wurde geprobt, genäht, gefilmt, musiziert. Im Hintergrund wurde für die Crews gekocht, geputzt, gesorgt. In der vergangenen Woche alleine, das möchte ich auch noch sagen, diese Woche, 110 ehrenamtliche Mitwirker haben sich formiert, um nebst der Klarte-V-Arbeit die Präsentationen für den heutigen Tag zu erstellen. Also Darstellungen, Clips, Grafiken, Animationen. Und wenn ich erstmal anfangen würde, nur schon von den vergangenen Tagen zu sprechen, was da abgegangen ist, wie in einem Bienenstock. Und mit was für einer Freude hier gewirkt wurde. Und das alles freiwillig. Das ist einfach nur unfassbar. Da fange ich erst gar nicht an. Sonst haben wir keine Zeit mehr. Aber gerade jetzt auch, heute, also nicht die vergangenen Woche, sondern heute an diesem Tag, sind 370 Techniker jetzt für euch im Einsatz. Also Stream-Techniker, Tontechniker, Programmierer, Server-Administrationen, IT. Und um dieses Webcam-Stadion hier von A bis Z aufzubauen, waren insgesamt 90 eurer Freunde im Einsatz. Handwerker, Designer, CGI-Artisten. Vielleicht könnt ihr das alles gar nicht glauben. Wie ist sowas möglich? Das ist ja verrückt. Aber ich sag's ja, wir haben was zu teilen. Verbringt mit uns diesen Tag, zelebrieren wir ihn feierlich. Es ist ein Festtag. Genießt es. Und nun darf ich als erste Überraschung 5 Engel auf die Bühne bitten. Meine Schwestern. Alle in Weiß. Darum bin ich nämlich auch in Weiß. Und sehr bald kommt da nochmal ein kleiner Engel. Also es könnte jeden Moment losgehen. Also das Lied noch. Und dann ist es okay, wie du willst. Also, warum sag ich Engel? Oder Engel sind auch dazu da, zu geben, zu schützen, zu stärken, zu segnen. Und wir möchten euch zu Beginn dieses Tages einfach segnen. Der Begriff Segen, der entspricht dem lateinischen Wort benedictio. Benedictio. Kommt von bene, man hört schon. Das heißt, man spricht jemandem etwas Gutes zu. Aber segnen ist noch stärker, als nur so leere Worte zusprechen. Sondern es sind Worte, die etwas bewirken und Kraft geben. Und das, so heißt das Lied. Ihr seht es. Gesegnet. Und meine Schwester Ruth Elpita hat das komponiert. Und für euch. Und dann übergebe ich jetzt auch dir gleich das Wort. Ja. Also, ich freue mich sehr, dass ich mit meinen Schwestern dieses Lied gleich singen darf. Ich möchte auch mit diesem Lied einfach euch glücklich machen. Euch segnen. Auch fürs Heute und fürs Hier. Wir müssen nicht zurückschauen, nicht nach vorne. Wir dürfen heute einfach sein, den Tag genießen. Und ich möchte euch einfach damit eine Freude machen und hoffe, dass es euch gefällt. Ja. 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 Du bist gesegnet. Besonders jetzt und hier. Blick nicht zurück. Und frage dich, was ist da bloß passiert? Schau nicht zu weit nach vorne. Das gibt viel zu viele Sorgen. Bleib ihm jetzt. Bleib ihm hier. Das jetzt kannst du tragen. Wir sind gesegnet, 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 besonders jetzt und hier. Wir werden Wunder erleben und jubeln, er hat durch uns gesiegt. Wir werden beten und erhört, weil der Segen uns gehört. Lass uns all die verklagenden Stimmen überhören. Komm, träume mit mir von viel mehr als das hier. Es braucht ein bisschen Glauben, wir glauben, dann wird's. Wir können's nicht verhindern, dass wir ab und zu verfehlen. Doch keiner kann's verhindern, kann's verhindern, dass wir wieder neu aufstehen. Wir werden zwar verfolgt, ihr Mann will uns alles nehmen. Egal was kommt, uns überrollt, wir werden niemals aufgeben. Wir sind gesegnet, 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 besonders jetzt und hier. Wir werden Wunder erleben und jubeln, er hat durch uns gesiegt. Wir werden beten und erhört, weil der Segen uns gehört. Lass uns all die verklagenden Stimmen überhören. Komm, träume mit mir von viel mehr als das hier. Es braucht ein bisschen Glauben, wir glauben, dann wird's. Wir werden beten und erhört, weil der Segen uns gehört. Lass uns all die verklagenden Stimmen überhören. Komm, träume mit mir von viel mehr als das hier. Es braucht ein bisschen Glauben, wir glauben, dann wird's. Wir werden beten und erhört, weil der Segen uns gehört. Wenn wir uns nochmal treffen, dann ist immer die erste Frage, wer seid ihr? Was seid ihr? In welchen Schublade können wir euch genau stecken? Seid ihr jetzt eigentlich mehr rechts oder mehr links? Seid ihr Nationalisten oder Globalisten? Seid ihr politisch oder religiös? Also seht ihr jetzt diese politischen Lösungen mehr? Seid ihr das diesen Weg oder mehr auf dem religiösen Weg? Und wenn ihr religiös seid, ja seid ihr jetzt Charismaten oder Darbisten? Also das meint, seid ihr eher freiheitlich oder eher eng drauf, Brüder, Pfingstler? Seid ihr katholisch oder reformiert? In welche dieser vorhandenen Schubladen passt ihr eigentlich? Und wenn ihr es jetzt doch eher auf dem politischen Weg seht, seid ihr eigentlich jetzt eher grün oder eher bürgerlich? Pro oder kontra? Kommunisten? Kapitalisten? Oder das Wichtigste zum Schluss, seid ihr noch Fleischfresser? Oder seid ihr jetzt endlich schon vegan geworden oder seid ihr erst vegetarisch? Also welche Schubladen dürfen wir schließen? Also in der heutigen Zeit, ich denke ihr versteht was ich meine, in der heutigen Zeit wollen die Menschen immer unbedingt eine dieser Schubladen ziehen, weil wir irgendwie in diesen Spaltungen gedrillt worden sind, seit je. Und da gibt es ja dann noch hunderte und tausende weitere solcher Schubladen. Alt, Jung, wird getrennt, Arm, Reich, Familien, Singles, Männer, Frauen, Hautfarben, Regierung oben, unten, hinten, vorn, alles. Aber die OCG und KlarTV, das muss ich jetzt eben sagen, das ist ein Phänomen, dem ihr noch nicht vorher begegnet seid. Wo die Schubladen alle offen sind. Mein Vater vereint, das will ich jetzt sagen seit jeher, die Menschen aus allen diesen Spaltungen und Abspaltungen und untergeordneten Spaltungen und übergeordneten Spaltungen. Überall Spaltungen. Also aus allen Denominationen, aus allen Parteien, aus allen Religionen, aus allen Himmelsrichtungen, aus jeder Sparte holt er das raus und vereint das Ganze. Und jetzt, wir, oder, wir schauen dann immer so herablassend auf das Kastensystem, der Inde runter, oder, da sind die Unberührbaren, da die niedrigste Kaste, mit denen haben wir nichts zu tun. Dann ganz oben die Brahmanen, die da sind sehr geehrt. Und dann schauen wir so auf die Inde runter und denken so, wie können die nur so ein Kastensystem haben, die sind ja ewig gestrig. Aber wir haben ein Kastensystem, wo sogar jeder den anderen Kasten als unberührbar behandelt. Mit dem habe ich nichts zu tun. Aber die verachtet man dann sogar noch und mehr noch als das, man bekämpft sich sogar noch. Versteht ihr mich? Also alles muss immer kauen und stochen in so einen Kasten rein. Abgegrenzt voneinander, Spaltungssystem rein. So wurden wir irgendwie erzogen, ich sage, von dem System. Aber heute, liebe Freunde, machen wir die Schubladen mal nicht zu, sondern auf. Weil, ich sage nochmal, Papa hat immer aus allen diesen Schubladen den göttlichen Funken rausgenommen und die Menschen aus allen Hintergründen zusammengeführt in eine echte göttliche Einheit. Und das ist weltbewegend, aus meiner Sicht. Für ihn war keine dieser Kasten unberührbar. Und das macht den Dienst meines Vaters unvergleichlich. Das, wie das hier zum Klappen kommt. Also ich sage mal, wie lassen Sie ein bisschen, so wie die Strippenzieher im Hintergrund, oder? Bei jeder Gelegenheit spalten und trennen. zwischen Moslems, Juden, Christen, Parteien, zwischen Gewerkschaften, zwischen Ländern, zwischen Gesellschaften. Das OCG ist da auch nicht. Oder, ihr seht, dieses Experiment. Papa verbindet das alles miteinander, will ich da mit diesem Bild sagen. Er bildet zwischen den Extremen, er verbindet zwischen den Gegensätzen. Es hat geklappt. Ich möchte euch noch ein bisschen vorbereiten auf den Tag. Ich sage auch, wir sind auch nicht eine Ökumene. Der Kasten passt auch nicht. Einfach darum, liebe Freunde, will ich damit sagen, von nah und fern, aus unseren 53 Ländern, machen wir heute auf. Keine dieser Kasten ist heute unberührbar für uns. Und wenn du zum Beispiel heute etwas von Gott hörst, dann steck es nicht einfach gerade in den religiösen Katzen. Deckel zu, kenne ich. Weil du vielleicht irgendwo abschreckend mit diesem Kasten in Berührung gekommen bist. Ich denke, jeder von uns ist abschreckend mit dem Kasten in Berührung gekommen. Aber eben jetzt, heute machen wir auf und suchen mit diesen göttlichen Funken, die uns verbinden, die Papa eben immer genau zusammengeführt hat und hat immer das Gegenteil gemacht von den Herren, die da oben an den Strippen ziehen und alles spalten. Ich möchte euch nur, weil er nachher redet, ich will euch nur darauf vorbereiten und euch sagen eben, hier ist echte Einheit zwischen allen. Und es ist auch kein Kompromiss, es ist etwas Höheres, etwas Verbindendes, etwas Übernatürliches. Und das trennt nicht, sondern es nimmt aus allem das Göttliche raus und tut es nicht gegeneinander ausspielen. Und das ist ein Wunder. Wir singen von dir, allmächtiger Gott. Du bist das Leben. Du bist die Kraft. Du bist unsere Energie. Und wir lieben dich. Wir lieben dich von Tag zu Tag mehr. Und wir danken dir, dass wir hier mit dir zusammen, mit diesen Menschen zusammen diesen Tag verbringen dürfen. Und wir weihen dir jedes Wort. Wir weihen dir jeden Beitrag. Wir weihen dir all diese Menschen. Denn wir können ohne dich weder reden noch hören. Wir können ohne dich weder verstehen noch umsetzen. Es geht nichts. Es sei du in uns, du durch uns. Und damit rechnen wir heute, dass du diesen Tag gestaltest, dass jeder von uns erlebt, dass ein lebendiger Gott existiert und in unserer Mitte lebt, in uns drin. Wir proklamieren, dass in deiner Gegenwart jede Resignation zur Leben Hoffnung wird, zur lebendigen Hoffnung. Jeder Unglauben zum Glauben Gottes im Namen Jesu. Jeder Schwermut wandelt sich in göttliche Leichtigkeit in deiner Gegenwart. Ja, jede Grübelei wird zum Geist der Vollgewissheit. Jede Furcht wird zum Schrecken. Ja, und jede Hinterfragung wird zu einem Geist der Vollgewissheit. Und so danken wir dir, dass du der Redende bist, dass wir hier nicht Menschenwort, sondern Gottes Wort erwarten dürfen. Gesegnet ist dieser Tag und jede Macht der Finsternis ist unterworfen. Amen. Amen. Ja, hallo ihr Lieben. Ich grüsse euch all den 53 Ländern und dann nachher wieder darüber hinaus, wo immer ihr dann noch sein werdet, wenn wir das Ganze hochschalten im Netz. Und wenn ich jetzt einfach so Danke sage, ich weiß nicht, es wirkt für mich schon fast beleidigend, ein Danke. Das war so wunderbar, was ihr da schon im Vorfeld wieder von euch gegeben habt. Danke an all die Künstler. Ich schließe mich einfach den bereits geäußerten Dank an. Man könnte den ganzen Tag nur danken bei so viel Investition, bei so viel Liebe. Und natürlich danke ich euch, unseren Freunden, dass ihr überhaupt diesen Tag mit uns verbringt, dass ihr euch die Zeit nehmt und nicht den ganzen Tag nur so durch die Straßen geht. Ihr seid jetzt zusammen überall in diesen kleinen und grösseren Versammlungen. Spürt euch einander physisch und das ist das Wunderbare. Wir haben in dieser Form viel mehr Zeit jetzt füreinander, viel mehr Berührung, als wir es früher hatten in den grossen Hallen. Da ging ja alles kreuz und quer in den Ameisenstaat. Hier hat man viel mehr Zeit füreinander, das ist doch einfach wunderbar. Ich danke besonders auch Lois, du hast das so krass hingekriegt, das zu äußern, was in unserem Herzen drin ist. Und ich will mit demselben Grundgedanken einsteigen mit meiner ersten Rede heute. Es ist ein Freundestreffen und ich will es betonen, wir möchten für unsere Freunde wirklich nur das Beste geben. Weil ihr seid eben nicht Freunde, wie Lois sie beschrieben hat, die vorbeikommen, wenn das Bier alle isst. Oder wenn einer Geld braucht, ihr seid da, Tag und Nacht, Jahr um Jahr, Jahrzehnte um Jahrzehnte. Ihr habt es gesehen, diese Leute über 40 Jahre. Mit meinem Team arbeite ich schon über 30 Jahre zusammen. Die sind immer da, Tag und Nacht. Und mit diesen Menschen zusammen, es ist einfach der Himmel auf der Erde. Und wie soll ich sagen, für diese Menschen möchte ich das Beste geben. Und für euch alle, die neu dazugekommen seid, auch das Beste. Aber ihr müsst wissen, mein Bestes, das ich zu geben habe, ich sage es wie es ist, es ist meine Beziehung zu Gott. Ich kann euch nicht Gott geben als solchen, den habt ihr schon. Aber ihr findet ihn noch nicht in euch drin, der wohnt schon in euch drin. Aber mein Bestes, was ich euch zu geben habe, ist meine Beziehung zu Gott. Und ich sage es wie es ist, meine Beziehung zu Jesus Christus, meine Beziehung zur Bibel. Das ist das Beste, was ich euch geben kann. Und ich bin so froh, dass Lois schon geredet hat, um zu zeigen, wenn ich diese Begriffe sage. Dann, ich denke, da habt ihr noch ein Engram in euch drin, da spicken die Schubladen sowieso wieder auf, wenn ich diese Begriffe nur schon sage. Und darum sage ich es nochmal von der anderen Seite, für meine Freundin nur das Beste. Wenn ich von Gott rede, dann rede ich weder von dem Gott der Juden, noch von dem Gott der Christen. Ich meine von dem, was wir immer zu erleben. Ich meine von dem Traditionellen, dass sich hier die Köpfe einschlägt, oder, gegenseitig. Wenn ich von meiner Liebe zur Bibel rede, dann rede ich nicht von meiner Liebe zu den Bibelauslegungen, wie sie überall in der Welt existieren. Versteht ihr? Wenn ich von Jesus rede, dann rede ich nicht von dem Jesus der Christen, die mit Jesus als Keule umhergehen und all das machen, was euch so abschreckt. Oh, Lois hatte diese Tage so ein wunderbares Interview auf eins gegeben. Und dann bei allen Frohlocken der Menschen, das sind ja Hunderttausende, die das schon gesehen haben, musste wieder ein typischer Christen, und darum separiere ich mich gerne, hier mache ich die Schublade auch wirklich zu gegen diese Art Christentum, musste wieder einer reinschreiben. Ich habe beim ganzen Interview nie den Namen Jesus gehört. Und ich musste jauchzen, als Lois dann sagte, was ein Nächster unten in den Kommentar reingeschrieben hat. Dann hat einer unten reingeschrieben, Herr Jesus, erlöse uns von deinem Bodentersonal. Das war so herrlich. Und wisst ihr, das ist es, was ich euch damit sagen will, wenn ich heute von Gott, von der Bibel und von Jesus Christus rede, dann rede ich von ihm als lebendige Wirklichkeit, so wie er ist und nicht so, wie man ihn auslegt, was man aus ihm gemacht hat. Das hat er einfach zugute, versteht ihr? Und ich kann euch sagen, ich war, bis ich 21-jährig war, ich war damals 1977 soweit, da ist mir Gott ins Leben eingebrochen als gottloser Kerl. Ich habe ihm vor einem Monat gestritten mit einem Christen. Ich habe ihm alles vorgehalten. Mein Werkstattchef hat immer gesagt, mit Gott käme ich schon zurecht, aber mit seinem Bodenpersonal kann ich nichts anfangen. Das war es immer. Die Christen waren mein grösseres Hindernis, um mich zu bekehren. Und seht ihr, und dann kommt Gott, wie er ist, wie er leibt und lebt, einfach in mein Leben rein. Mitten in der Nacht, mitten in der Nacht macht er, das kann er sich leisten. Und ich bin seit dieser Stunde nicht mehr dasselbe. Es ist fast 48 Jahre her im Sommer. Juli 2024 ist es 48 Jahre her, versteht ihr? Und mein ganzes Leben, alles, was ich tue, kommt aus diesem einen Moment der Begegnung, wo ich Gott erlebe, wie er wirklich ist. Wo ich aus meinem Bett schreiend rauskomme. Ich juble nur noch. Ich sage, jetzt weiß ich, es gibt einen Gott. Aber er ist ganz anders. Das Erste, was ich wusste, als ich Gott begegnete, das, was Lois heute gesagt hat, das gehört alles dazu. Da gehören sogar die Christen dazu, die ich jetzt bezeichnet habe, die mich gar nicht mögen. Da gehören alle dazu. Alle, auch schrägen Denominationen, alle Zerstrittenen. Die umarmen wir alle. Aber ich möchte einfach sagen, ich identifiziere mich nicht mit dem. Und darum möchte ich, wenn ich von der Bibel rede, dass ich das nicht jedes Mal so mache und sage, oh, jetzt kommt er wieder. Und er denkt dabei an diese Scheiss-Religion, die wir daraus gemacht haben. Verstehst du? Ich sage nicht Scheiss-Religion zu dem, was die Bibel sagt. Ich übersetze die Bibel, das Neue Testament, Wort für Wort und gebe für die Laien die ganze Kodierung jedes Wortes, das ihr seht, was wirklich dort steht im griechischen Text. Also, Great Reset, gell, in geistlicher Hinsicht. Macht auf für das Neue, macht auf für das Wirkliche, denn ich bin kein Theoretiker. Ja, die Medien weltweit nennen mich einen Laien-Prediger. Ich nehme das sehr gerne hin, weil ich möchte mich nicht identifizieren mit Theologen, die Gott gar nicht begegnet sind, sondern die ihre akribischen, die ihre Akrobatik machen und so die Menschen dann verführen. Jesus hat den grössten Kampf mit dieser Sorte gehabt und seine Leute haben ihn ans Kreuz gehauen dafür. Ja, und ich sage euch einfach, dass alle in der Bibel beschriebenen Erfahrungen, also auch die geistlichen Erfahrungen und diejenigen mit Gott, alles was dort steht, das ereignet sich als analoge Erfahrung, also artgleich in jedem einzelnen Menschen. Ja, und diese Entsprechung, die lässt sich in jedem Bereich des menschlichen Wirkens und Mühens finden. Und zwar ganz gleich, ob ein Mensch bibelgläubig oder nicht bibelgläubig ist. Das ist meine ewige Erfahrung. Auch die unterschiedlichen Formen von Religionen, Philosophie oder politischer oder wirtschaftlicher oder wissenschaftlicher Zugehörigkeit, nenne was du willst, es macht alles keinen Unterschied. Das meint, jeder Mensch unter diesem Himmel macht immer ein und dieselben Erfahrungen. Alles läuft dem Wesen nach überall ganz genau gleich ab. Ja, gleich, woher du kommst. Überall und in jedem Wirken und Mühen herrschen die gleichen Missverständnisse, herrschen die gleichen Verwechslungen, dieselbe Art von falschen Annahmen oder Irrtümen und Verfehlungen. Auch geschehen sie bei Alt und Jung und in jeder Kultur an denselben Schwachstellen. Und überall einfach, wo menschliches Leben ist, passiert das Gleiche. Du kannst dich färben und anschreiben, kategorisieren, wie du willst. Es passiert dennoch überall dasselbe. Und alle Menschen stehen unter denselben Wirkungen. Darauf lege ich heute allergrößten Wert. Jetzt kommen wir schon in die Spur von dem, was ich dir jetzt ganz prioritär ans Herz legen möchte. Alle Menschen stehen unter denselben Wirkungen, denselben ontischen Welt- und Geistesentwicklungen. Vielleicht sagst du, das Wort habe ich noch nie gehört, ontisch. Was meinst du damit? Ontisch meint eine wirksame Kraft, eine schöpferische Kraft, die du zwar nicht sehen kannst, die aber hier überall im Luftbereich, überall in dir, um dich herum, ganz unabhängig von deinem Denken oder von unserem Denken, von unserem Fühlen und Verstehen oder Wollen. Das wirkt einfach. Eine ontische Kraft bildet alles hier unten. Wenn du wieder siehst, wie die Schwalben im Frühling kommen, sie sind jetzt noch nicht hier. Ich stand gestern auf dem Balkon. Aber ich kann dir wie ein Prophet hinstehen und sagen, die ontische Kraft wird es wirken, dass die Schwalben vom letzten Jahr wieder kommen, alle miteinander, und sie werden ihre Nester wieder beziehen, sie werden ihre Jungen wieder und so weiter. Ihr kennt die Abläufe. Und so könnte ich jetzt die ganze Natur aufzählen, die ganze Entstehung von jedem Wesen, ob es jetzt eine Blume, ein Tier, ein Mensch ist. Die ontische Kraft gestaltet uns, versteht ihr? Alle gleich. Alle Länder, Ethnien und Stämme erfahren also dieselben ontischen Naturkräfte, dieselben Gotteswirkungen, sage ich jetzt. Und alle durchlaufen dieselben völkischen Entwicklungs- und Pubertätsprozesse. Ja, du hast recht gehört. Ich verstehe das völkische Leben in seinem Wachstum und Werden so, dass auch jedes Volk eine Pubertätsphase durchmachen muss. Verstehst du? Alle durchlaufen ein und dasselbe, gleich welche Religion, gleich welcher Hintergrund. Und doch nennen diese Erfahrungen alle wieder anders. Jeder erfährt genau dasselbe, aber jeder nennt es wieder anders. Ja? So wie wir verschiedene Sprachen haben. Jeder sagt jedem anders, oder? Obgleich alle letztlich ein und dasselbe erfahren, alle dasselbe erforschen und suchen. Ja? Und warum ist das so? Ich sage es nochmal, weil unser gesamtes Leben unter ontischen Kraftwirkungen nicht allein geschaffen, sondern auch entwickelt und den Zielen unserer schöpfungsgemäßen Veranlagungen entgegengeführt wird. Oder entgegenentwickelt wird, müsste man fast besser sagen. Ja? Und seht ihr die Bibel, die fasst den gesamten Sinn und Zweck aller Schöpfungen Gottes mit ihren Entwicklungsprozessen in nur einem einzigen Satz zusammen. Das ist auch sowas, was ich so ungemein liebe an der Bibel. Du wirst sehen, du findest keine kürzere Definition. In nur neun Worten schafft es die Bibel, die gesamte Weltgeschichte zusammenzufassen. Aber ich mache jetzt zuerst die längere Version, in einem Vers nur. Lest mir Kolosser 1,16. Da wird von ihm geredet, von Gott, der, wie die Bibel bezeugt, durch Christus diese Welt geschaffen hat. Und dann heißt es, denn in ihm ist alles in den Himmeln und auf der Erde geschaffen worden, die Sichtbaren und die Unsichtbaren. Es seien Throne oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächte. Und jetzt kommt der Satz in neun Worten. Ach, jetzt fasst er das noch mal kürz zusammen. Alles ist durch ihn und hinein in ihn geschaffen. Siehst du, neun Worte. Das ist die Zielgebung aller Schöpfung. Alles ist durch ihn geschaffen. Eine andere Stelle sagt noch wörtlicher, aus ihm heraus, durch ihn, aber hinein in ihn geschaffen. Das ist die Zielgebung. So wie jeder Same eine Zielgebung hat und du hast beim Samen irgendwann die Vollgestalt des Baumes, des Menschen, des Tieres, so hat die ganze Schöpfung eine Zielgebung des Gott selber. Von da, wo es ausgeht, da geht es wieder hin. Die Vollgestalt Gottes und über diese Dinge reden wir heute den ganzen Tag. Seht ihr? Hinein in ihn. Das ist die ontische Wirkkraft, die dafür sorgt, dass das auch geschieht. Und so wie du keiner Pflanze, keinem Tier oder keinem Menschen auch nur eine Zelle mithelfen kannst, dass sich das gestaltet, dass sich das formatiert mit Seele und Geist und allem zusammen, so kannst du auch der Weltschöpfung nicht nachhelfen in diesem Sinne. Dafür ist eben die optische Kraft da. Und aus diesem Grund machen wir nun eben alle ein und dieselben Erfahrungen auf allen Gebieten des Lebens. Ganz gleich, wer wir sind. Wir alle sind ontisch an denselben Ursprung, an denselben Weg und an dasselbe Ziel gebunden. Ganz egal, wer wir sind. Wir werden ontisch an die göttlich vorgegebenen Gesetzmäßigkeiten, Ordnungen und Prinzipien angepasst, heisst das. Und so wie jeder Körper von euch sich bislang genau entsprechend dem vorgegebenen Programm seines Samens herangebildet hat, so entwickelt sich dieselbe ontische Wirklichkeit, so entwickelt sie auch die gesamte Menschheit hinein in ihr vorgegebenes Gesamtziel. So ist das. Und dies tut sie nicht nur für uns und letztlich unausweichlich und über alle Zeiten hinweg. Sie tut es konsequent. Sie tut es wirklich konsequent. Sie tut es an allem und jedem. Und diese an uns wirkende ontische Kraft tut es auch noch in allweiser, in allmächtiger und allliebender Art. Ich sage nur, gepriesen sei Gott dafür. Gepriesen sei Gott dafür, dass das existiert. Was nun die schöpfungsgemässen Wechselwirkungen in unserem Zusammenleben und Zusammenwirken betrifft, gibt es für uns allerdings noch einige sehr entwicklungsbedürftige und auch entwicklungsfähige Weltbilder. Versteht ihr? Unser Zusammenleben hat mit Wechselwirkungen zu tun. Alles, was wir tun, ist von Wirkungen begleitet. Alles, was wir tun, ist durch Wirkungen veranlasst. Und alles, was wir tun, wirkt etwas. Ob wir nun reden oder denken oder fühlen, alles besteht aus Wirkungen. Und es gibt überall gegenseitige Wirkungen. Ich nenne sie Wechselwirkungen. Und bevor wir als Menschheit nicht verstanden haben, wer wir genau sind, werden wir uns ständig in diesen Wirkungen aufwühlen wie das tausende Meer. Und jetzt arbeiten wir ein bisschen an diesem Bild, nicht wahr? Darum sind wir hier. Und ich sage jetzt, wie es ist. Es ist ja wunderschön, dass die Zeit gekommen ist, wo man da und dort hört, wir alle sind eine grosse Familie. Das klingt toll. Das stimmt auch. Ich widerspreche dem nicht. Aber ich würde sagen, das ist eine Vorhofsübersetzung. Wenn das jetzt in der Bibel stellen würde, würde ich sagen, das ist eine Vorhofsübersetzung. Der Urtext sagt mehr. Wir als ganze Menschheit sind wir nicht bloß eine Familie. Wir sind auch nicht bloß ein Team. Ja? So wird heute, versucht man die Menschheit darzustellen. Das Team sind wir auch. Aber nicht bloß. Wir sind auch nicht bloß eine Rasse. Wir sind auch nicht bloß gleicher Gene im Sinne von, wir sind ja alle gleich. Was sind wir denn? Fragst du jetzt. Ich sage dir, was wir sind. Als ganze Menschheit sind wir ein lebendiger Organismus. Verstehst du? Das ist ein Riesenunterschied. Familie, Organismus, ein Riesenunterschied. Und diesem engsten, untrennbaren Zusammenhang, auch noch zur gesamten Schöpfung, sage ich, das Ganze ist ein riesengroßer Organismus, so wie du aus Geist, Seele und Leib bestehst und doch nur einen Organismus daraus wird. So sind wir Menschen zusammen mit der ganzen Schöpfung, mit der Erde und dem Himmel. So wie Geist, Seele und Leib sind wir ein Organismus. Wären wir als Mensch bloß eine Art Club oder eine Art Verein oder auch Stiftung im Sinne einer Interessengemeinschaft, dann könnten wir diese selbst erwählten Vereinigungen jederzeit verlassen, ja hinter uns lassen und wir würden einfach weiter existieren. Versteht ihr? Ein Organ hingegen ist tot, wenn man es von seinem Gesamtleib abtrennt. Spürt ihr den Unterschied? Ja? Das ist der genaue und reale Unterschied, den wir hier auf der Erde haben. Wären. Dieses Bewusstsein entspricht einzig der Realität und der wahren sowohl natürlichen als auch der geistlichen, schöpferischen Wirklichkeit. Glaubt es besser. Alles andere, sage ich, ist bloßes Wunschdenken. Um nicht zu sagen Fluchtdenken, ja? Oder gar Lüge, ja? Also ich sage es nochmal, nicht bloß, wir sind alle eine Familie. Nein, wir sind weit, weit mehr, wir sind alle ein Organismus. Das ist viel verbindlicher. Diese Erkenntnis ist der Schlüssel darum zur Gesamtwiederherstellung hier unten. Und bitte, ich betone, ich rede hier nicht Philosophie. Das ist nicht ein Weltbild, so eine schöne Gleichung. Du kannst nachher nicht kommen und sagen, oh Ivo, du hast noch ein schöneres Bild gefunden irgendwie. Das hat mir noch besser gefallen. Nein, ich rede von Wirklichkeiten. So ist es. So wie du deinen Körper hast, das ist nicht das Gleiche, das ist ein Körper, oder? Das ist nicht deine Familie, das ist dein Organismus. Eine Familie kannst du verlassen, einen Organismus nicht, oder du bist tot als Organ, ja? Die Verbindlichkeit eines Organismus mit seinen Organen ist untereinander also weit höher, weit tiefer, länger und breiter und absoluter, meint das. Und jetzt kommen wir mit diesem revidierten Grundverständnis, gehen wir jetzt über in unsere gemeinsame, prekäre Weltlage. Johannes hat das auch schon sehr schön angesprochen. Wir haben eine gemeinsame, prekäre Weltlage. Das ist nicht die prekäre Weltlage von dir oder mir. Das ist unsere, ja? Und ich brauche an dieser Stelle nicht all die Tragik jetzt aufzählen, in der wir uns gerade befinden. Insbesondere seit dem weltweiten Genexperiment in der Corona-Pandemie, ja? Seit dort sehen wir, welche Stunde geschlagen hat. Nicht wahr? Ja? Es ist genau dahin gekommen, was die Bibel in allen Farben präzise vorausgesagt hat. Ja? Ja? Was die siegreiche Überwindung der immer noch schlimmer werdenden Bosheit anbetrifft, jetzt komme ich aber zu einem interessanten Teil, jetzt müsst ihr ganz wach werden. Ja? Was die siegreiche Überwindung all das immer Schlimmeren und Böseren anbetrifft, mussten wir jetzt 2000 Jahre geduldig auf ein Ereignis warten hier unten, das aber in denselben Tagen, in diesen unteren Tagen am Geschehen ist. In der gleichen Zeit, wo das Böse ins Uferlose ausufert, mussten wir warten, dass in derselben Zeit jetzt etwas ganz Besonderes am Geschehen ist, ja? Jetzt müsst ihr gut mitgehen, was ich sage. Jetzt kommen wir zu einer neuen, ich nenne es mal eine neue wirkliche Offenbarung, was du jetzt hörst, ja? Weisst du, nicht alles kann eben zu jeder Zeit geschehen. So ist es auch mit dem Himmel auf Erden nicht oder mit dem Reich Gottes, wie die Bibel es nennt. Nicht alles kann zu jeder Zeit geschehen. Und zum besseren Verständnis stelle ich jetzt einmal das Böse als Winter dar und das Gute als Frühling. Ich verwende diese Bilder, um etwas verständlich zu machen. Also so wie die vier Jahreszeiten uns in die Pflicht nehmen, sodass wir zum Beispiel erst im Frühling landwirtschaftlich so richtig aktiv werden können, so läuft es auch im gesamten Weltgeschehen im Hinblick auf Gut und Böse ab, ja? Und so wie jedes Geschehen unter diesem Himmel seit jeher seine besondere Zeit und Ordnung, also seine Saison hat, wie wir so sagen, so hat auch das Gute seine Zeit, um über das Böse zu triumphieren. Als Saison, versteht ihr? Weltweit. Und die Möglichkeit eines Totalsieges über das Böse, über das absolut Schlechte und Sündhafte, wie es die Bibel nennt, hat genauso seine Saison. Und ich sage, du hast richtig gehört jetzt. Man kann das Böse nicht jederzeit überwinden, wie man gerade will. Das merkst du sogar im Kleinen, wenn jemand sich vergeht und Dinge tut, in Süchte reingelangt, kann er nicht einfach, wie er gerade will. Das hat alles dann seine Zeit, seine Abläufe, ja? Also so wie man die Kälte des Winters nicht beliebig überwinden kann, ich rede jetzt vom großen, ganzen Winter, ja? So wie man den Winter überstehen muss, indem man notdürftig künstliches Feuer anlegt, seine Wohnung heisst, warme Kleider ansieht und so weiter, so mussten wir nun die letzten Jahrhunderte oder Jahrtausende mittlerweile, jene prophezeite, eingebrochene Nacht überwinden, in der niemand wirken kann. Jesus hat das in Johannes 9, Vers 4, kurz vor seinem Abschied mit diesen Worten gesagt, es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Aber zu gleicher Zeit, als Jesus dieses Wort sprach, sprach er allerdings noch das andere Wort aus, von dem wir heute reden. Und ich sage, vorweg mögen unsere Herzen heute über diesem Wort mit aller nur denkbaren Freude und Hoffnung, mit Friedensruhe und Kraft erfüllt werden. Nahen wir uns also diesem Wort. Es steht geschrieben in 2. Thessalonicher 2, 1 bis 9. Das ist ein bisschen langer Text. Ich hoffe, wir kommen hier gut durch. Ich glaube, für die Neuen ist es ein bisschen anspruchsvoll, was jetzt kommt. Aber ich versuche den Kern jeweils zu dokumentieren. Ich lese ihn dann nicht einfach durch und dann ist er durch. Unser Apostel, Nationenapostel Paulus hat den geschrieben. Er schreibt seinen Brüdern im Glauben. Wir bitten euch aber, Brüder, wegen der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus und unserer Vereinigung mit ihm, dass ihr euch nicht schnell in eurem Sinn erschüttern, auch nicht erschrecken lasst, weder durch Geist noch durch Wort noch durch Brief, als wären sie von uns, als ob der Tag des Herrn da wäre. Hier mache ich meinen ersten Break. Der Tag des Herrn da wäre. Schon damals hat Jesus gesagt, es kommt ein Tag, da werde ich wiederkommen und dann werde ich aufräumen. Und die Christenheit hat das von Grund auf falsch verstanden. Von Grund auf. Ich habe ein ganzes Konzil darüber gehalten. Ihr könnt es finden, wenn ihr euch bei euren Gastgebern erkundigt. Ich habe kürzlich eine Rede auf Kla.TV gehalten. Die wird heute noch eingeblendet hier. Wo ich einmal ein ganzes Konzil international gehalten habe, um zu zeigen, was wirklich in der Bibel steht. Wenn wir hier lesen, was die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus betrifft, steht dort Anwesenheit. Die Anwesenheit unseres Herrn Jesus Christus. Jesus ist immer schon anwesend, seit 2000 Jahren. Und er sagt, das muss sich jetzt entwickeln in der Bibel, in der wirklichen Urtextschrift. Muss sich dieser Tag heranbilden. Er muss wachsen. Und dieser Tag ist ein Begriff im ganzen Neuen Testament, der Tag des Herrn. Das meint, dass der Tag wohl mit dem Bösen aufgeräumt wird. Und jetzt tröstet er es hier, weil die Christen dachten schon, die Juden dachten schon, wenn unser Erlöser kommt, macht es ratzfatz, macht er alle platt, erschlägt alle und dann ist erledigt. Und dann kommt Jesus, die töten ihn, weil es nicht dieser brachiale Gewaltherrscher, der alle tot schlägt, ist ein sanftes Menschlein. Ihr kennt die Geschichte, ja. Und jetzt aber als nächstes stolpern die Christen über dasselbe Problem. Sie denken, warum ist jetzt der Tag, wann kommt der Tag, wann kommt der Jesus und macht das für uns gut, ja. Die Bibel hat nirgends gesagt, dass Jesus im Alleingang kommt. Er kommt durch uns, durch dich und mich. Aber jetzt Vers 3 weiter, ich habe den Einschub gemacht für die Neuen, dass ihr nicht überfordert seid mit dem Text, wenn ich den nur so durchrase. Vers 3, dass niemand von euch auf irgendeine Weise verführt wäre, ja. Denn dieser Tag, der kommt nicht. Und jetzt pass auf, jetzt beginne ontisch, in ontischen Zeitaltern zu denken, ja. Ontisch meint, ist ein Tag nicht so wie der heute, der 4. Mai oder so. Das meint, ein Tag ist in der Bibel bezeichnet ein Zeitalter, ja. Denn dieser Tag kommt nicht, es sei denn, dass zuerst der Abfall gekommen und der Mensch der Gesetzlosigkeit geoffenbart worden ist, der Sohn des Verderbens. Wieder ein kleiner Einschub, eine kleine Klammer, Sohn des Verderbens. Mensch der Gesetzlosigkeit, das bezeichnet eine, nicht eine Einzelperson nur. Das bezeichnet zum Beispiel die ganze satanistische Freimaurerei. Das bezeichnet den ganzen Nihilismus. Das bezeichnet all das, was wir mit Kla.TV ständig dokumentieren. Der Nihilismus, wo alles aufgelöst wird, was gehabt ist. Das ist der Mensch der Gesetzlosigkeit, das ist eine Menschensorte, ein Zeitalter. Also der Tag kommt nicht, es muss zuerst ein Mensch der Gesetzlosigkeit geoffenbart werden. Der Sohn des Verderbers, der sich dann widersetzt und sich überhebt über alles, was Gott heisst oder Gegenstand der Verehrung ist, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt, sich ausweist, dass er Gott sei. Erinnert ihr euch nicht, schreibt Paulus weiter, dass ich dies euch sagte, als ich noch bei euch war. Und jetzt wisst ihr, was zurückhält, damit er zu seiner Zeit geoffenbart wird. Und dann erwähnt er, kommt er eigentlich zu sprechen darauf, dass das Ganze organisch heranwächst. Ja, wie eine Pflanze. Denn schon, Vers 7, ist das Geheimnis der Gesetzlosigkeit wirksam. Nur offenbart es sich nicht, bis der, welcher jetzt zurückhält, aus dem Weg ist. Und dann wird der Gesetzlose geoffenbart werden. Denn der Herr Jesus beseitigen wird durch den Hauch seines Mundes und vernichten durch die Erscheinung, die Auferscheinung seiner Anwesenheit. Ihn, dessen Ankunft gemäss der Wirksamkeit des Satans erfolgt, mit jeder Machttat und mit Zeichen und Wundern der Lüge. Ich könnte hier alles kreuz und quer noch dokumentieren, aber ich muss halt diesen Grundtext einmal stellen, damit wir eine Grundlage haben von dem, was wir heute reden. Wir reden von einem Tag der Macht über das Böse, von einem Tag der Entsperrung, wenn du diesen heutigen Text oder das, was ich mit dir teile, was ich rede, überschreiben willst. Tag der Entsperrung. Also es sind Hindernisse da, der kann nicht einfach da sein, bevor nicht das aufschießt, ja, was hier beschrieben ist, das Böse in seiner letzten Gestalt. Genauso wie Jesus es in einem Gleichnis gesagt hat, ist es jetzt gekommen. Und jetzt ziehen wir noch ein Gleichnis von Jesus dazu, wo er vom Unkraut im Acker redet, um das nötige Verständnis als Grundlage zu erlangen, die Grundlage, was die Ontik gerade jetzt mit uns tut. Beachtet genau, was hier geschrieben steht. Matthäus 13, 24 und fortfolgende. Ein anderes Gleichnis legte Jesus ihnen vor und sprach, mit der Königsherrschaft der Himmel, das könntest du jetzt wieder den Tag nennen, den Tag des Herrn oder den Tag, wo das Gute, wenn man plastisch so redet, und neuterisch reden, wenn das Gute, das Böse wirklich überwinden, im grossen Stil, ja. Also, mit der Königsherrschaft der Himmel ist es wie mit einem Menschen, der guten Samen auf seinen Acker säte. Während aber die Menschen schliefen, kam sein Feind und säte Unkraut mitten unter den Weizen und ging weg. Als aber die Saat aufsproste und Frucht brachte, da erschien auch das Unkraut. Es kamen aber die Knechte des Hausherrn hinzu und sprachen zu ihm, Herr, hast du nicht guten Samen auf deinen Acker gesät? Woher hat er denn jetzt Unkraut? Er aber sprach zu ihnen, ein feindseliger Mensch hat dies getan. Die Knechte aber sagten zu ihm, willst du denn, dass wir hingehen und es zusammenlesen? Er aber sprach, nein. Jetzt kommt der entscheidende Satz. Passt auf, denkt in ordentlichen Zeitaltern. Sollen wir hingehen? Das böse Zusammenlesen? Nein. Warum nicht? Damit ihr nicht etwa beim Zusammenlesen des Unkrauts gleichzeitig mit ihm den Weizen ausreißt. Und jetzt kommt die Weisung. Lasst beides zusammen wachsen bis zur Ernte. Und zur Zeit der Ernte werde ich den Schnittern sagen, Lest zuerst das Unkraut zusammen, bindet es in Bündel, um es zu verbrennen. Denn Weizen aber sammelt in meine Scheune. Seht ihr, damit hat Jesus klipp und klar vorausgesagt, dass erst in der Vollendung der Zeitalter diese endgültige Überwindung des Bösen möglich sein wird. Ja. Dass erst am Ende der Weltgeschichte, wenn das Übel vollständig ausgewachsen ist, eine völlige Trennung und Abrechnung ontisch vorgesehen ist. Pass auf, alles was ich heute sage, du darfst es nicht, sollst es nicht mit dir als Menschlein verknüpfen oder mit uns als Menschen in unseren Fähigkeiten. Wir reden von ontischen Kräften, von ontischen Entwicklungen, von ontischen Wirkungen. Die völlige Abrechnung ist ontisch am Schluss vorgesehen. Dann erst werden die Engel ausgesandt und Engel bedeutet im Griechischen oder auch Hebräisch, das bedeutet Bote, nichts anderes. Wenn hier die Übersetzer irgendwelche Engel vom Himmel schweben lassen allein, ist das eine Auslegungssache, von der ich anfangs geredet habe. Wir anstimmen längst nicht mit all dem, was da ausgelegt wird. Das ist ein Bild für alle sichtbaren und unsichtbaren Geschöpfe und Kräfte, die sich von Gott als seine Bote, als seine Glieder gebrauchen lassen. Engel sind dienstbare Wesen, ein Bild auf ontisch entsperrte Gerechtigkeitskämpfer, die endlich wie Schnitter ins Unkraut verseuchte Erntefeld getrieben werden, ontisch, um dort zuerst einmal alles Unkraut zusammenzulesen. Wisst ihr, was Kla.TV macht? Sie binden zuerst einmal das Böse alles zusammen, bündeln es in tausenden Garben. Dann wird dasselbe, dieselbe ontische Kraft aber dafür sorgen, dass gleichsam der gute Weizen zusammengebunden wird, dass es zu einer Verbindlichkeit kommt. Von den Gerechten meint das, sprich untereinander verbindlich und in die Scheune eingesammelt wird, dass wir ein gemeinsames neues Zuhause haben. Aber erst wann? Erst am Ende des Zeitalters hat Jesus gesagt. Und ganz genau so haben wir es auch in 2. Thessalonicher 2,3 fortfolgend gelesen. Warum konnten wir bislang die Wirksamkeit, jetzt zum Beispiel der satanistischen Geheimbünde oder der Übeltäter nicht wirklich überwinden? Ganz einfach, weil wir uns ausserhalb der ontisch wirkenden Saison nur selber zerstört hätten. Versteht ihr? Mangels der saisonalen göttlichen Triebkraft, mangels der saisonalen göttlichen Weisheit, die muss wirken von außen, von innen, von hinten, oben, unten. Könnte man sagen. Oder auch mangels des göttlichen Windes. Du kannst ohne Wind nicht segeln. Aber auch mangels der entsperrten und freifliessenden Unterscheidung. Das hat alles seine Zeit. Wie bei einem Kind. Und losgelöst von diesem saisonalen, ontischen, weltweiten Wirken nennt uns die Bibel darum Unmündige. Oder Kinder. Du könntest sagen Unbeholfen. Das meint eigentlich das Bild von einem Kind oder Unmündig. Unbeholfen, schwach, unweise. Du würdest dich selber zerstören, sagt Jesus. Wenn du zu früh dich anlegst, du musst zuerst erwachsen werden. Unmündig eben auch deshalb, weil wir zuerst noch in die Gesetzmäßigkeiten und in die Grundsätze des Gesetzes des Geistes des Lebens eingeführt werden müssen. Und was das jetzt wieder ist, da kommen wir heute noch ziemlich gründlich darauf zu sprechen. Aber du merkst schon, wenn ich das so selbstverständlich in einem Satz sage, wir müssen zuerst in das Gesetz des Geistes des Lebens eingeführt werden. Dann merkst du schon, irgendwas verstehst du hier nicht. Aber wir verstehen was davon. Heute rede ich zu dir, damit du mehr davon verstehst. Und wir werden es dir beibringen, dass du das nicht nur verstehst, sondern leben, ausleben kannst. Ich muss das Ganze aber etwas langsam, systematisch angehen, damit ich vor allem auch die Neuen nicht gleich total überfordere. Das ist in sich vielleicht schon genug Überforderung. Also das göttliche Programm hat es so vorgesehen, dass beide Pflanzenarten, also dass sowohl das Böse als auch das Gute zuerst einen Vollwuchs erlangen muss. Der Endkampf kann mit anderen Worten gar nicht beginnen, bevor nicht beide bis ins Zeitalter ihrer vollen Größe herangewachsen sind. Und in meiner IVO-Übersetzung, das ist die interlineare Vollanalyse, von der ich geredet habe, wo ich das Neue Testament, das Griechische, aus dem Heiligtumsperspektive... Vielen Dank. Vielen Dank.